Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf Cyborg-01. Heute spielen wir erneut, also Deathrun, ja. Da hinten rennt auch schon Yannis rum, also ich spiele heute mit ihm. Ihr hört ihn halt nicht, aber können am Ende ja mal gucken, ob er viel besser ist als ich. Ich bin ja Noob, bei ihm weiß ich nicht ganz. Da steht er auch schon mit seinem Schreckkostüm. Ja, dann gehen wir gerade mal in Deathrun rein, dann sehen wir uns gleich, sobald es begonnen hat. Bis gleich. So, jetzt gleich beginnt. Wir sind jetzt drinnen. Ähm, hier. Wir haben gerade Bildschirmaufnahmen in die Mitteilung rein. Okay, es lädt nicht. Hilfe. Ah, jetzt. Ich habe die Leute hier, die ich auch klein, damit sie einen nicht stören. Okay. Mhm. Ich krieg übrigens seit neuestem auch immer solche komischen Nachrichten oben. Ähm, die nerven eigentlich voll. Und ich bin echt traurig in diesem Spielen, weil ich so schlecht bin. Und jetzt, ja, ich dachte, das schaffe ich noch. Habe ich schon ein paar Mal geschafft, letztes Mal in einem Video, hab man glaube ich auch so den Ausschnitt mal gesehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir gerade die Letzten sind. Also, ich eigentlich krieg irgendwie immer in den YouTube-Videos so von mir. Also, als fast letzter ist eigentlich noch aber recht gut, weil da kann man einfach durchrennen. Also, schon fast kommt er durchrennen. Sieht man ja, haben zu sterb auch noch. Ah, da ist ja Janis gerade gewesen. Haben Schreck gesehen. Da ist er gerade vorne. Sprung. Eben, was ich sagen wollte, man kann ja fast normal durchrennen eigentlich, weil... Ähm, weil die sich vorne eher so konzentrieren. Einfach, einfach auch. Und wir haben es geschafft. Als welcher Platz? Du hast den siebten. Ja, wir haben es geschafft. Ähm, wir sehen uns gleich wieder in der nächsten Runde. Ja. Äh, bis gleich. So, in der nächsten Runde angekommen. Hm. Hier ist auch gerade der Janis. Ähm, ja, er ist auch unten in der Bestrahlung verlinkt, auch in der Infokarte um. Also, check den Jan mal aus. Ich glaube, er würde sich auch über ein Abo freuen. Hm. Jetzt geht es hier gerade weiter. Ich habe nicht ausgeweilt. Okay, gut. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Gut. Gut. Hm. Da war sie, da ist wieder so eine komische Meldung. Die kommen bei mir irgendwie... Keine Ahnung, seit wann die kommen. Manchmal einfach. Ja. Wir waren mal bei Janis und Lais-Team dabei. Da kam diese Meldung auch. Vielleicht blende ich euch jetzt gerade noch ein Video ein. Ähm. Da kam diese Meldung nämlich sehr oft. Ja, Leute, ich habe trainiert. Ich habe auch ab und zu mal ohne, dass ich aufgenommen habe, geschwirt. Ja, jetzt kam gerade oben die Nachricht rein. Welche Aufnahmen haben wir in Fotos gesichert? Hier haben wir in irgendeinem Video auch verkackt. Wir haben es gar nicht so weit geschafft. Ja, wieder geschafft. Geil. Wir wurden diesmal Sechster. Also einmal Siebter und einmal Sechster. Uh. Geil. Mal gucken, welcher Platz Janis wurde. Janis wurde Zweiter. Okay. Dann warten wir jetzt noch ganz kurz, bis... Ja, bis die Runde vorbei ist. Ich spüre kurz vor. Bis gleich. So, jetzt sehen wir hier, hier ist Schreck. Wir haben noch nicht hier irgendeinem Video geschafft. Wurde auch schon ein paar Mal Erster. Aber Glückwunsch Janis. Auch Glückwunsch an Virtuobos und hier Ringo. Ja. Ja, egal. Wir gehen jetzt mal gerade raus. Danke fürs Zuschauen. Ähm. Ich... Also... Ich habe Janis auch mal verlinkt in der Infocarte und in der Beschreibung. Guckt gerne bei ihm auch vorbei. Lasst gerne ein Abo und ein Like da. Bei mir und bei ihm. Ähm. Ja. Dann... Tschüss und bis zum nächsten Video. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.